Applaus ... ... ... Ich habe eine große Erfahrung für Cancer gemacht. Ich habe eine große Erfahrung für Cancer gemacht. Weil, ehrlich gesagt, einige Menschen einfach nicht wissen, was Cancer ist. Und sie haben eigentlich nur die Erfahrung, was Cancer ist, wenn es sich passiert oder jemand hat es in der Familie. Ich denke, es ist wirklich besonders, was wir machen. Weil er ist der Präsident von der Wahl. Ich denke, das Jahr, die Leute sind mehr gebeten, zu machen, die ihre Schulden, zu bezahlen und zu sagen, Mendele, wir wissen und wir danke dir für was du hast. Wir sind die Ambassade. Wir stehen für die Cause, wir glauben in es. Und wir möchten Mendele, der Traum zu kommen. Und wir können die Verwennung machen. Wir möchten die Verwennung machen wollen, wie sich die Verwennung vorfinge, voran zwingen Sie sich an! Wir möchten diese Verwennung machen, die wir zeigen. Und wir wollen die Verwennung machen, die wir sehen. Wir wollen den anderen. Wir wollen die Verwennung machen. Ja?